Hallo hier draußen, im grundlosen Wald. Einfach im Wald. Heute mal wieder. Ja! Es ist jetzt Mitte Mai und ich kann für mich vermelden, eintragen in mein Live-Lokbo. Es ist der dunkle, feuchte, kalte, graue Winter endlich über mich hinweg gezogen. Er ist vorbei. Und wie man sieht und auch am gezwitterten Vögelchen hört, ist Mai. Vor 15 Tagen haben alle Beltane gefeiert, das uralte Fruchtbarkeitsfest, was selbst 2000 Jahre Christenturenstein gekriegt haben. Heute mal wieder gefeiert. Der Green Man. Die Bäume sind wieder grün. Der Waldgeist entfaltet sich wieder neu. Und ja, gute Gelegenheit nochmal ein Lebenszeichen von mir abzugeben. Also, naja, wie war der Winter? Der Winter war dunkel und grau und kalt. Es gab auch ein paar Gesundheitsprobleme. Na ja, auf jeden Fall, er ist vorbei und das ist das Wichtige. Und ich sitze mal wieder draußen, grundlos im Wald und sitze einfach grundlos im Wald und hängt mir einen Waldkaffee. Ja. Tja, äh, anlässlich dieses schönen Tages will ich dann, weil ja momentan eigentlich alles, was sich irgendwie im Autor dreht, davon spricht, nicht, auch mal, auch noch mal einen Sinn dazugeben, zum Seven Vs Wild, aber der spricht nur noch von, äh, dem großen Geschäftsmann Fritz Meinecke, äh, dem, äh, Seven Vs Wild Erfinder und, äh, Ex Front Soldat, nicht, der jetzt auf Media Productions umgestiegen ist. Und, äh, eben, äh, äh, in aller Munde. Es kommt auch noch eine dritte Staffel. Nun ja, ich möchte es nicht, äh, äh, elmisch anmerken, dass ich das Ganze irgendwie so ein bisschen ein Dunderkampf, der Dunderkampf für Jedermann sozusagen oder für, äh, äh, Survival-Promis, nicht. Ja. Nun ja, ich muss dazu sagen, Survival ist, wenn man mal so sieht, Outdoor, es werden zwei Sachen bei uns zusammengefasst, oder drei, Trekking, Bootcraft und natürlich Survival, aber es werden alles drei absolut nicht miteinander vergleichbar. Das ist großer Unsinn, denn, naja, was ist das in Frau als weiß? Mit sieben Dingen soll man sich gegen die, in Klammern, Mia Heilige, Klammer zu, Wildnis, Schöpfen gegen die Wildnis überleben. Und ja, da ist natürlich klar, der kämpferische Moment, der Gegner ist die Wildnis, naja, die ich als Buchstrafter eher wieder als die Heilige Wildnis betrachte. So kann man sagen, Survival ist ein Produkt des Militärs und im ohnegenommen Sinn, Survival und Buchstraff wie Feuer und Wasser, während Survival auf jeden Fall von Katastrophen und Kriegssituationen grundsätzlich ausgeht im fiktiven Szenario. Und in solchen Spielshows wie Seven Fours, Wall, Staffel, Wall, Leute versucht werden, in Grinzsituationen zu bringen, zum Amäusement der Zuschauer, jede Verletzung wird gefeiert, jeder Tropfenblut, eine Extraschlagszeuge. Kann ich nur sagen, also, ich möchte hier ausdrücklich betonen, ich bewerbe nämlich nicht für Seven Fours, weil, das ist absolut nicht mein Ding. Und ich will auch mal sagen, warum bin ich eigentlich nicht für Seven Fours, Wall. Ganz klar, ich habe was Besseres für Seven Fours, Wall. Ich will mal so sagen, erstens ist der Begriff Buchkraft ja schon sehr alt, der ist ja schon um 1922 so aufgetreten, erstmalig, ne, und diesen Thoreau und so, wobei der englische Ausdruck Kraft oder to Kraft oder Kraft kann vieles sein. Kraft kann zum Beispiel auch nicht nur Kunsthandwerk sein, sondern die Ausübung einer Kunstschlechthin, die kann auch eine Kraft sein. Oder zum Beispiel die Ausübung der Vicar-Religion, wird auch, oder die Religion selber wird als diese Kraft bezeichnet. Nun könnte man, ich lege jetzt als mein Kraft, die Lebenskunst auch, Lebenskunst oder irgendwie halt im gegenwärtigen Augenblick sein, im Busch, ja, um, tja, ein, wie soll ich das sagen, den Bereich des normalen, kausal-rationalen, Wachbewusstseins überschreitenden Faktor zu erweitern, um Traum, um, äh, möglicherweise höhere Dinge, nicht. Es gibt ja Dinge zwischen Himmel und Erde, die die materialistische Wissenschaft heute noch nicht erfolgt hat. Und da ist es noch erst 6% von Universen erfolgt hat. Muss man dringend davon ausgehen, auch wenn die Herrschaften mit ihren großen Titeln das höchst ungern einräumen. Manche fühlen es sogar angegriffen, wenn man da auch mal hinweist, dass es eben so ist. Ja, und, also, äh, Lebenskunst im Wald ausführen, ne? Oder, äh, die Kunst des Seins im Sinne des, äh, englischen Wicker-Großes, Besse-Bee, ne? Gesegnetes Sein im Wald, ne? Das ist so, was ich gerne so als Fruchtbarstaffee, ne? Ne, einen Wahlkaffee zu kochen, das ist irgendwie wie ein Ritual, ne? Ich, ich, verzaubererliche Mädels, den Leib eines vor 2.000 Jahren verstorbenen, sondern ich, äh, 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 naja, mach mir einen lebendigen Kaffee dran schon unter dem Laubdach der Bäume und lass mir dazu, was von Vögeln in den Ohr und so, und ich finde das eben halt echt ganz toll und finde ich dabei ganz so glücklich. Ja, das ist eben halt, natürlich stehe ich eher unter Wuschtkraft. Also, man könnte, ich habe das Bessere aus, wie ich ja eben schon gesagt habe, ähm, man sollte sich mal überlegen, dieses V.S. wegzulassen, ne? Man sollte sich vielleicht mal sieben Dinge ausdenken, die man unbedingt mitnehmen müsste, wenn man sich, äh, der heiligen Wildnis, äh, übergeben will, anvertrauen will, äh, äh, ja, immer so Dinge so denken würde, Darum geht es dann dann nicht dabei, um, äh, irgendeine Art von Kampf, ne? Auch kein Wettkampf, sondern auch kein Wettkampf mit der Natur, sondern, da, tieferer Sinn ist, in der Vereinigung mit der Natur, und, äh, nach meiner Theorie stellt, im Waldgebiet nicht, äh, eine organisierte Beflossenheit da, in der Verfrängung, ja. Und, äh, das hat mir, unabhängig davon, ob jetzt ein Beobachter da ist, der diesen Wald beobachtet, als organisierte Beflossenheit, oder nicht. Und, das hat mir sogar der, äh, Doktor, Doktor Lukatu bestätigt. Klar, auf jeden Fall, es klingt sehr plausibel alles, bin ich absolut bei Ihnen. Ich habe hier eine Frage aus dem Chat. Die habe ich auch gerade schon gesehen. Doktor Lukatu, halten Sie es für möglich, dass ein Biotop, Schreckstrich Waldstruktur, eine organisierte Geschlossenheit bildet, die selbstorganisierend ist, und in der Verschränkung herrscht, im Sinne der Parapsychologie? Ich weiß nicht, ob Sie jetzt genau verstehen, wie du meintest. Ja, absolut. Das ist durchaus möglich. ... so gut sein könnte, dass es sich bei einem Biotopen-Wald-Cluster um eine organisierte Geschlossenheit handelt. Im Sinne seiner Parapsychologie. Ja, und wenn ich mir eben diese organisierte Geschlossenheit vorstelle, möchte ich mich gerne in diese, in diese geschlossene Gehalts reinhinein organisieren, also mit der organisierten Geschlossenheit verschmelzen und mich in ihre Selbstorganisation einlädten. Um eben halt intensiv Teil der Natur zu werden, um dadurch zu gehören, im Erkenntnis zu belangen, ja, im spirituellen Sinne. Und manchmal ist es eben halt auch nicht, dass man sich einfach nur den ganzen Tag fühlt sich auch einfach nur da unterliegt. Und dann ist die Freude, in jedem Moment die Freude am Leben. und, ja, trinkt mir meinen Waldcafé. Ja, gut, ich habe nicht mehr allzu viel Batterie auf dieser Kamera. mit der ich jetzt mal probehalber eine Aufnahme mache. Und, ja, die Saison hat gerade angefangen. Alle Blätter sind noch gar nicht fertig ausgewachsen. Und jetzt kriegen wir wieder einen prächtigen Sommer. Und, ja, es tut mir besonders und wahrscheinlich auch allen anderen gut, sich von diesem dunklen, grüben Winter zu erholen. Und, ja, dann, wie gesagt, wünsche ich allen, die meinem Kandidat heute lieben sind oder noch treu werden, eine angenehme Maison im Wald, im Busch. Und, wie gesagt, mache lieber eine schöne Overnight-Tour in den Frühjahrswald und fange nicht mit irgendwelchen Summelcamp-artigen Survival-Spielchen an. Das ist irgendwie, ich weiß auch nicht, fast in der Spiele für Erwachsene oder so, so ungefähr. Mit so ein bisschen Summelcamp-artigen und so einem Strill. Jetzt hat der gute Fritz Meinecke ja auch noch eine Media-Production, die MBH, mit noch einem Medientyp, zusammengegründet. Und ich wette jetzt, aber ich möchte nicht wissen, wie die achte und die neunte Staffel von Saison-Vs-Wald ausgeht. Das ist ja erst die dritte. Und dann wird er sich jetzt versuchen, eine goldene Nase mitzuverdienen. Nachdem das jetzt ja nach der Schlappe in Köln und dem Führer schon Verlust mit der S-Klasse. Und da drinnen wohnen müssen wir so ganz klack bei unserem Glücksritter. Gut, also wie gesagt, geht ruhig in den Hals und Trinker in den Hauer oder einen Weißkaffee. Man muss nicht unbedingt ein irgendwelchen Survival-Spielen einnehmen. und mir genügt Rufkraft. Ich habe keine große Lust, mich mit Survival zu befassen, weil ich liebe irgendwie, ich bin aus dem Alter raus, kapastrophale Situationen, die Survival-Fähigkeiten erfordern sollen. Ja, wie soll ich das sein? Am liebsten aus meinem Denken verbanden würde. Und mir nur eines wünsche, dass ich niemals in so eine Verbanden-Situation durch Einfluss von außen geraten werde. Und mich da auch noch ständig mit zu beschäftigen. Das würde mich nur irgendwie, ich weiß auch nicht, eine ziemlich seltsame Stimmung versetzen. Und deswegen habe ich da auch keine Ambitionen. Und deswegen, ich hätte auch irgendwie nicht, ne. Erst wenn sich eine Krisenlage bilden würde, die jetzt absehbar werden lässt, das so was nötig ist, dann würde ich vielleicht auch zumindest mal eins tun, aber doch nicht, solange man absehen kann, nicht. Das jetzt nicht, wie soll ich das sagen, russische Bomben fallen und russische Fallschirmjäger, die uns hier die Städte einnehmen. Damit ist überhaupt gar nicht zu rechnen. Es ist ja schließlich nicht mehr die Sowjetunion, die einen Kommunismus einführen will, sondern es ist ja ein primitiver, profaner Handelskrieg. Leider, muss man ja wirklich sagen. Und ich mag da auch überhaupt nichts mehr vom Hör. Um Handelsruppen sind auch so Kriege geführt worden, und jetzt haben wir das auch wieder. Und ich will mich nicht ärgern, was wir nicht machen, kein Wort mehr darüber. Lieber noch einen Malzkaffee machen, ne. Ich wünsche euch allen, eine richtig schöne Saison, eine schöne, angenehme, glückliche Vereinigung mit der Natur, mit dem tiefen Naturfeeling, kann ich nur allen wünschen. Intensivstes Naturerleben, ne. Das ist ja nicht von mir, das ist ja von Benny Claus. Tja, ich würde sagen, dann verabschiede ich mich mal. Tschö. 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 P drowned euch mal,